Hast du in diesem Jahr die Freude am Fußball ein bisschen verloren? Nein, um Gottes Willen, ich habe die Freude gar nicht verloren. Ich bin noch heißer und noch gehypter, wieder Fußball zu spielen, weil ich es so krass vermisse. Ich will genau dieses Gefühl, was ich in meinem ersten Jahr bei Waldhof Mannheim hatte, wieder haben. Ich bin mit einem, wirklich, ich bin auf den Platz gegangen und hatte das Gefühl, ich bin unschlagbar. Das hat einfach Spaß gemacht. Das letzte Jahr war nicht leicht, aber genau dieses, das, was in mir da aufging, das möchte ich wieder erleben. Das treibt mich so voran, das wieder zu bekommen. Ich werde euch eins versprechen, so wie ich hier sitze, ich werde niemals den Kopf in den Sand stecken, beziehungsweise ich werde es probieren und ich werde euch versprechen, wenn der Tag kommt, werde ich zu 100% da sein und auch zu 100% Kraft, Liebe und Zeit investieren in das, was mich glücklich macht. Und das ist Fußball und wenn ich die Chance bekomme, die faire, offene und ehrliche Chance, schwöre ich euch, so wie ich hier sitze, werde ich spielen wie eine Eins, wie eine Eins. Aber das Wichtigste ist Geduld. Geduld ist eine Tugend.